Was habt ihr beide in meinem Haus zu suchen? Wir überprüfen, ob dieser trübe Typ wirklich ausgebildeter Fußmasseur ist und nicht irgend so eine Art Betrüger. Und das Ergebnis dieser Prüfung ist eins plus mit Sternchen. Habeos, hast du je schöner gefeilte Fußnägel gesehen? Gefeilte Fußnägel? Weg da! Na gut, mein Freund, machen wir die entspannende Fußmassage unserer Pronto! Oh, ähm, tut mir leid, die Stunde ist vorbei.